Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Klitten-Folge Trick und Klick für das Tier und Ufo. Den Trick, den wir heute behandeln, ist das sogenannte Lovidia. Das heißt, in den Runden eines Gegenstandes. Ich halte damit den Sparschenspreis in den Stuhl an. Auf jeden Fall etwas, was ihr gut benutzt könnt, wenn ihr da vorsteht. Und was auch für den Hund nicht blickdicht ist. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier anfangen. Ihr fangt also an. Ich stelle den einfach nur hier so in den Raum. Pinot in den Kopf. Pinot in den Kopf. Pinot in den Kopf. Und hier nehmt man das Leckerli. Besten in die rechte Hand. Dann wird die Klicker an der falschen Seite. Und nimmt den Hund am Leckerli mit. Um den Gegenstand rum. Indem ihr ein Produkt, den vorne ankommt, bestätigt ihr. Super. Ihr weitert das Ganze dann nachher aus, indem ihr anfangs nur um den Gegenstand rum zeigt. Dafür muss der Hund das natürlich schon ein bisschen können. In der Regel geht das aber relativ schnell. Ja. 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 Deswegen ist es eben so wichtig, dass dieser Gegenstand auch durchsichtig ist. Damit ihr zumindest der Hund auch sieht, was ihr gerade macht. Ja. 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 Man kann jetzt schon sehen, das mag sie relativ selbstständig um den Gegenstand rum läuft, sodass ich sie nicht mehr komplett andere Hand rum führen muss. Ja. 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 Ich fühle das Ganze nachher weiter, indem ihr euch ein bisschen weiter weg stellt, den Hund von hier aus um den Gegenstand schickt. Das sieht. Hier. Dafür sind natürlich relativ viele wiederholungswürdig. Das heißt, ihr könnt euch für diesen Trick auch gerne ein paar Tage Zeit nehmen. Steiger hat ganz, ganz langsam das Pencil, macht nicht alles auf einmal, überfordert euren Mund nicht und hört auch auf, wenn ihr merkt, er hat keine Lust mehr. Ich zeig erstmal, wie der Pencil aufsicht und fertig ist. Man sieht hier das ein. Klasse Untergrund, für die diese Übung eher ein bisschen ungeeignet ist, weil die Hunde rutschen. Ihr könnt das ganz einfach ausbauen, indem ihr das hier draußen übt, den Hund beispielsweise mit einem Baum oder in das Hirn rumlaufen lasst. Und je nachdem wie sicher euer Hund ist, könnt ihr euch immer, immer weiter wegstellen. Das heißt, ihr schickt den Hund nachher wirklich per Handzeichen in die Richtung, wo er rum soll. Einige Hunde tun sich ein bisschen schwer auf Anhieb von weiter weg sofort, um ein Gehirn schon rumzulaufen. Geht auch da gerne wieder ein paar Stunden zurück, stellt auf dieser angebischen Plan. Geht einem rum, geht wieder ein paar Meter weiter weg und baut das Ganze langsam auf. Wenn ihr merkt, es klappt nicht, dann macht ihr eben Rückstelle. Das ist, wie gesagt, bei allen anderen Trägern überhaupt nicht schlimm. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf eure Ergebnisse. Fragen und Antworten wie immer unten drunter. Und dann freuen wir uns auf Videos. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.